Gut, dann würde ich einfach sagen, ihr Lieben, wir schauen jetzt Godzilla Minus One den Trailer. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, den neuen Trailer. Okay, das heißt, du bist, du findest ihn anscheinend auch ganz geil. Oder du hast ihn ein paar Mal gesehen, weil du dir gedacht hast, boah ey, was ein Mist. Aber ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Ich schenke mir gerade noch einen Kaffee ein, ihr Lieben. Und dann starten wir sofort. Ich werde auf den Chat nach dem Teaser, nach dem Trailer eingehen. Ja, und nicht währenddessen. Währenddessen werde ich mal so berichten, was ich da aufnehmen kann. Und danach quatschen wir dann gemeinsam hier über den Trailer von Godzilla Minus One. Den Ton schraube ich auch mal minimal hoch vom Trailer. Obwohl das wahrscheinlich relativ gut gewesen ist eben. Wir starten jetzt. Er hat sich auch schon einer von euch über das Design beschwert, habe ich gerade gesehen. Kennen wir schon aus dem Teaser? Das kennen wir noch nicht aus dem Teaser, aber auch hier machen sie wieder ein Geheimnis ums Design von Godzilla. Kennen wir auch schon aus dem Teaser? Ja, die Uhr kennen wir schon aus Godzilla 1 von 1954. Es fliegen wieder sehr viele Schiffe durch die Gegend und Häuser. Überlebe und Kämpfe. Godzilla Minus One. Oh, oh. Godzilla Minus One. Das war jetzt der Trailer gewesen. Der tatsächlich relativ nicht sagend war, oder? Also ein bisschen weniger sagend war. Ich bekomme bei dem Trailer, was ich bekomme bei dem Trailer, den Trailer von Godzilla 2014. Du bekommst noch einen Trailer von Godzilla 2014 angezeigt. Was ist da denn los? Die Melodie fast wie bei Shin Godzilla, da habe ich jetzt gar nicht so wirklich drauf geachtet. Wir gehen da jetzt immer nochmal Stück für Stück durch. Ich habe da ein paar Sachen, die mir einfach aufgefallen sind. Also zum einen muss ich wirklich sagen, ob du jetzt den Teaser oder den Trailer gesehen hast, macht irgendwie keinen Unterschied. Wir wissen, glaube ich, genauso viel wie auch davor. Die ganze Geschichte hier spielt 1945, nachdem sich die Welt eben gerade vom Krieg erholt hat oder nachdem der Krieg einfach gerade beendet ist. Und naja, Japan hat bei dem Krieg einiges einstecken müssen. Und dann wird auch später noch beschrieben, dass Japan ja quasi alles verloren hat und ist quasi auf Null runtergesetzt worden. Und dann kommt Godzilla und sie verlieren noch mehr als alles. Deswegen auch Minus One, also Minus Eins, weil, ähm, naja, sie eben noch mehr verlieren als alles, was sie überhaupt haben. Ne, da geht's dann quasi ins Minus runter. Das ist der Grund für den Titel. Das wussten wir allerdings auch schon. Wir haben jetzt hier so Szenen, die ich ziemlich geil finde. Ich bin hier immer am überlegen, ob das hier komplett CGI ist. Und ja, ihr müsst mir jetzt nicht schreiben, Tobi, die werden da keine Züge mit Katapulten rumgeschmissen haben. Oder aber, ich meine, Toho war schon damals dafür bekannt, dass die ja sehr viel mit so kleinen Modellen gearbeitet haben. Könnte das hier irgendwie so ein Trick sein? Weil das sieht irgendwie relativ real aus. Dass man hier vielleicht ein Modell genommen hat. Und dass das hier einfach ein kleines Modell ist, was dann mit CGI nochmal überarbeitet wurde. Und man hat irgendwie so ein Gemisch aus CGI und echten Modellen gemacht. Die Miniaturmodelle, nicht die großen. Das sieht zumindest schon mal sehr geil aus. Vom rein optischen her, vom Look her. Weiß ich jetzt nicht. Also das Design von Godzilla ist jetzt nicht meins. Ja, der Trailer ist wirklich nix, äh, nix aussagend. Und ich finde, Godzilla wirkt charakterlich auch anders. Ja gut, aber das ist ja in Ordnung, wenn der anders wirkt. Charakterlich. Christopher Nolan würde echte Züge schmeißen. Das stimmt auch wieder. Das ist richtig. Also belehrt mich nicht bei sowas. Das würde der Mann wirklich machen. Er würde auch einfach eine Stadt anzünden, wenn es sein muss. Auch das hier, das wird so hervorgehoben mit VFX, ähm, ist ja der, der, ach, mir fehlen echt heute die Worte, Special Effects Man, der wird hier sehr hervorgehoben. Und eben auch der Director. Ich weiß nicht, ob es dieselben sind wie auch von Shin Godzilla, weil du hast auf jeden Fall optisch gesehen, hast du einige Parallelen zu Shin Godzilla, finde ich. Wir kommen nochmal ganz kurz auf das Datum auch zu sprechen. Da gab es auch viele Fan-Theorien, weil der Film spielt ja 1945. Und Godzilla 1 spielt 1954. Also, später. Und da gab es viele Theorien, dass das hier die Vorgeschichte ist vom allerersten Godzilla. Das ist aber Quatsch, das stimmt nicht, das ist Bullshit. Das, ähm, ist nicht die Vorgeschichte, spielt aber trotz allem davor, ist echt kompliziert bei Godzilla manchmal. Das ist aber chronologisch, ist dieser Film nicht vor dem allerersten Godzilla-Film zu gucken. Und man denkt dann, ah, jetzt habe ich einen riesen Zusammenhang dabei, das ist hier nicht der Fall. Trotz allem spielt der Film ja zeitlich vor dem allerersten Godzilla. Aber, ähm, die eine, die eine Frau hat auch vorhin irgendwas gesagt von wegen Dead's Godzilla oder irgendein, also die kannte ihn auf jeden Fall schon. Und da habe ich halt die Frage, wieso? Wo haben wir das denn? Hier, glaube ich. Ist Dead Godzilla, genau. Und ich habe hier so eine kleine Theorie, wie das sein könnte. Eventuell, ähm, ist dieser Film, würde ich sagen, ein Remake vom allerersten Godzilla. Das glaube ich nicht, aber mehr so ein... Shing Godzilla war ja auch kein Remake vom ersten Godzilla, war aber quasi ein Reimagining an den ersten Godzilla. Nur eben auf die heutige Zeit projiziert. Der erste Godzilla-Film von, ähm, 54 hatte das Thema Atomwaffen. Da war Godzilla die Manifestation der Angst vor Atomwaffen gewesen. Und das gesamte Thema war ja Waffen. Auch der, der Oxygen-Destroyer war ja da, um uns zu zeigen, wie fatal eigentlich die Gefahr sein kann, eine stärkere Waffe zu bauen, nur um die aktuell stärkste Waffe zu übertreffen. Die eben damals Godzilla war. Und das war eben sehr aktuell das Thema, weil eben die Angst vor Atomwaffen und vor einem Atomkrieg sehr groß gewesen ist. Jetzt bekommen wir diesen Godzilla-Film hier. Und der spielt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wahrscheinlich ist der Weltkrieg gerade erst vorbei und dann passiert das hier schon. Und Sie kennen schon Godzilla. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähnlich auch wie im allerersten Godzilla-Film hier Godzilla eine Art von Legende ist. Ja, im ersten Godzilla-Film gab es ja auch die Legende, dass Godzilla aus dem Wasser herauskommt, wenn die Meere leer gefischt sind, er keine Nahrung mehr hat. Und dann muss man eine Frau auf einem Floß, glaube ich, als Opfer aufs Wasser bringen. Godzilla frisst dann eben die Frau und danach gibt es wieder Fisch. Das war, glaube ich, so die Legende da gewesen, was auch durchgeführt wurde im Film, krankerweise. Haben die das wohl ein paar Jahre lang auch gemacht. Und vielleicht kennt sie Godzilla auch hier deswegen, dass auch hier vielleicht schon eine Legende über Godzilla da ist. Dass auch hier vielleicht schon ein Gerücht von Godzilla da ist. Ich glaube, dass der Film sich auch stark wieder auf die heutige Zeit projizieren wird. Denn wir haben aktuell eine sehr unruhige Zeit. Sei es Corona, dann eben auch Ukraine. Und das ist ja alles, Godzilla macht das ja öfter mal, zumindest die Toro-Godzilla-Filme. Die bestimmte Ängste von Menschen nehmen und die eben dann in den Film mit einbauen. Shin Godzilla ist ja auch ähnlich. Es gab auch Godzilla-Filme, die schon sehr stark Naturkatastrophen mit eingebaut haben. Klimawandel und so ein Kram. Das hier könnte ein Godzilla-Film sein, der uns genau sowas auch gibt. Nur eben auf die heutige Zeit projiziert. Und deswegen, ich würde es halt nicht Remake nennen, aber der fühlt sich so an wie der erste Teil, oder? Also von der Grundprämisse, wenn das stimmt, was ich überhaupt hier gerade erzähle. Wenn das wirklich die Geschichte wäre, wäre das ein Godzilla 54, der einfach nur auf die heutige Zeit projiziert wird. Kann man das so sagen? Wisst ihr, wie ich das meine? Ist dieser die Atomwaffe selber? Ja, also Godzilla ist nicht die Atomwaffe selber. Godzilla ist die Gefahr vor Atomwaffen. Das wird im ersten Film so dargestellt, dass Godzilla eine Kreatur ist, die erstmal aufgeweckt wird, durch Atomtests eben. Und ein Atomtest ist tierisch schief gegangen. Den haben sie in den Film mit eingebaut. Und der ist aber auch wirklich passiert. Das ist eine wahre Geschichte. Da ist ein US-Fischerschiff, glaube ich... Ne, Quatsch. Ein japanisches Fischerschiff... Ich kenne den Namen nicht mehr, ihr werdet es mir in den Chat schreiben können, wenn ihr es noch wisst. Ein japanisches Fischerschiff ist in die Reichweite eines Atomraketentests der USA gekommen. Und die ganze Besatzung ist dadurch bestrahlt geworden. Und eben auch gestorben. Über die Jahre hinweg. Und das zeigt der erste Godzilla-Film. Diese Szene ist quasi mit drin, nochmal neu kreiert worden. Und aufgrund der vielen Atomtests ist Godzillas Körper mit diesen atomaren Partikeln verseucht. Das heißt, immer wenn das Vieh übers Land läuft, verseucht er alles, was er berührt. Trinkwasser, Nahrungsmittel, alles drum und dran. Und damit wollten sie halt damals einfach die Gefahr durch Atomwaffen signalisieren. Und ich habe das Gefühl, dass das ähnlich sein wird. Der Film sieht aus wie... Als würde er zeigen... Ich meine, der Film spielt ja unmittelbar, bestätigt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Könnte der Film uns damit einfach... sagen wollen... Wie krass es einfach nur ist, dass jetzt nach einem Krieg eine weitere Gefahr kommt. Nehmen wir einfach mal nur an, keine Ahnung. Godzilla soll hier wieder komplett atomar verseucht sein. Und er läuft übers Land und plötzlich haben wir Nahrungsknappheit, Wasserknall, alles drum und dran. Dann könnte der Film uns ja wieder zeigen, wie extrem dumm es ist, Kriege zu führen. Weil es immer in der Natur bestimmte Begebenheiten gibt, die eine Verschnaufpause nach einem Krieg nicht zulassen. In der Natur ist es ja scheißegal. Und hier geht es ja scheinbar auch darum, dass Godzilla aufgrund des Zweiten Weltkrieges wieder aufgetaucht ist. Das meine ich irgendwo mal gelesen zu haben, dass das der Grund ist, warum er jetzt wieder hochkommt. Also ihr seht schon ein paar Parallelen. Godzilla 4... Nee, 45 kam hervor durch Atomwaffentests. Godzilla 54 kommt hervor durch den Zweiten Weltkrieg. Ja, Godzilla 54 kannst du nicht geschaut haben. Das ist ja der hier. Nein, ich bin bescheuert. Ach Gott, ey, das ist so wirr mit den Zahlen. Nee, du hast vollkommen recht. Godzilla 45. Da ist der Weltkrieg ja vorbei gewesen. Das ist der hier. 54 ist der erste von... Von 54. Halt der Schwarz-Weiß-Film. Oh Gott. Ja. Aber könnte das irgendwie eine Geschichte sein, die Sinn ergeben würde? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Auch ein Ding, warum er irgendeine Art von Seuche mit sich tragen könnte. Und ich meine, wenn der Film wirklich auf die heutige Zeit projiziert sein möchte, dann wird der ungefähr zur Zeit der Corona-Pandemie schon gedreht worden sein. Zumindest war das schon die ersten Pläne dafür. Und das hier, dieses Bild, sieht im ersten Moment so aus wie dieser krasse Godzilla, der eben so eine Atomwaffe ist. Den wir auch aus Monsterverse kennen. Der dann quasi rumläuft und dauernd explodiert. Aber er könnte auch einfach die Seuche mit sich rumtragen. In dem Fall. Oder das könnte auch wirklich... Er glüht zwar, aber das Glühen könnte auch einfach von Raketenangriffen kommen, von was auch immer. Und diese roten Fetzen könnten doch eine Art von Seuche sein, oder nicht? Denke ich da falsch? Habt ihr auch... Erzählt mal, was ihr jetzt darüber denkt. Was haltet ihr vom Trailer? Denkt ihr, dass das so irgendwie in die Richtung gehen könnte, was ich jetzt hier gerade von mir gebe? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020